Wir sind runter in den Hobbykeller gegangen und dann haben wir rumgeknutscht. Plötzlich war überall Blut und dann gingen die Lichter aus. Naja, ich habe ein halbes Jahr gebraucht, um rauszufinden, was eigentlich los ist. Wir haben auf unserem Ausweis, haben wir unser Infektionsalter stehen. Ich hol ein Schlafstofftier, mein Regal auf und rausklasse dich aus, das stimmt nicht. 3, 2, 1 Ficken, 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 weil du da nämlich Bock drauf hast. Du hast da nämlich Bock drauf, nicht ich. Du hast da nämlich Bock drauf.